Willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 7. Wir versuchen jetzt das Gästehaus mal und für unter neun Minuten zu schaffen. Machen Sie Check fett. Bringen Sie Check Essen und füttern ihn. Je schneller es den Pups hat, macht desto höher wird der Rang sein. Feier töten, Zeit verdienen. Ja, ran an die Fähigkeitenobjekte. Fähigkeitenobjekte können positive Effekte. Wenn sie bei sich tragen, tragen sie aber viele davon. Haben sie im Inventar keinen Platz. So. Jetzt brauche ich aber erstmal Sachen. Ich brauche einmal das hier. Pistole-Munition. Kann ich nochmal Pistole-Munition mitnehmen? Ja. Dann erste Läufer-Snei brauche ich auf jeden Fall auch. Feuerkraft. Ich habe die Verteidigung gar nicht mehr genommen, aber ich habe zu viel Munition jetzt dabei. Ich habe Hunger! Was dauert das so lange? Ja. Ich hab die Verteidigung. All right! Einige Mahlzeichen können kriminalisiert werden? Wusste ich gar nicht. Und wie? Oh! Ja. Ich ignoriere dich. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich überstelle meine Mentale an. Ist hier was? Ja, die Weine sind hier. Ich kann noch ein bisschen was sammeln. Oh, hat mir das was gebracht? Das geht nicht. Okay. Geht weg. Mehr davon! Mehr davon! Ja, ja. Mehr! Mehr! Das ist großartig! Mehr davon! Mehr davon! Bisschen! Tü-tü-tü-tü-tü. Ja, ja, ist ja gut, du Gürschlund. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-t